Bist du auch einer von denen, die die Kolosse einfach nicht schaffen oder einfach liefen oder versuchen tatsächlich deinen eigenen Charakter bei einem Koloss zu pushen, dann denke ich, ist dieses Video genau richtig für dich. Denn jetzt gerade hier im Livestream diskutieren wir wie immer mal die Thematik Kolosse. Es machen sehr viele Leute von euch da draußen falsch und dementsprechend fehlt euch dann die eigentliche Motivation, die Kolosse zu erledigen. Also genau darum dreht es sich in diesem Video. Bevor wir starten, möchte ich dich einmal kurz auf meinen Creator Code aufmerksam machen. Wenn du mich als Creator hinzufügst, unterstützt du mich und meinem Kanal. Es läuft dann wie folgt ab, solltest du irgendwann im Spiel einmal Einkauf tätigen, bekomme ich von Nexus einen ganz kleinen Anteil als Provision. Aber wie geht das Ganze? Wenn du auf den folgenden Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar einmal draufklickst, kommst du auf dieser Seite. Wenn du auf dieser Seite bist, brauchst du hier nur einen Haken setzen und dann auf Support klicken. Und das war es auch schon. Und somit hast du mich als Creator dann direkt hinzugefügt. Und dich selbst kostet das Ganze gar nichts, außer vielleicht 10 Sekunden deiner Zeit. Und das war es auch schon. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht es mit dem Video. So, da und da sind wir jetzt auch wieder live hier auf Twitch unter anderem. Ihr könnt mir auch ganz gerne bei Twitch folgen, wenn ihr möchtet. Zu den Kolossenfreunde. Es ist eigentlich eine sehr simple Mechanik und sehr einfach zu verstehen. Wenn ihr Kolosse farmen wollt, dann seht zu, dass ihr euch erstmal passend vorbereitet. Klingt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich so. Und zwar, wir fangen erstmal bei der Waffe an. Seht zu, dass ihr die Waffe erstmal schön hoch bekommt. Von dem Mods her. Ihr müsst Schaden machen. Denn je mehr Schaden ihr macht, desto schneller geht der Koloss. Selbstverständlich, logischerweise auch down. Ist ja alles auch ein bisschen logisch, oder nicht? Dann geht es weiter. Ich klicke jetzt mal auf irgendeinen Koloss. So, wir gehen einmal hier hin. Und links hier oben seht ihr halt verschiedene Sachen. Als nächstes, Freunde. Wenn ihr diesen Koloss zum Beispiel machen möchtet, wie ich gerade erwähnt habe, sollt ihr euch vorbereiten. Und das heißt, ihr solltet mindestens einen Giftwiderstand von 1800 haben. Ansonsten seid ihr ebenfalls immer sehr schnell down. Bereitet euch unbedingt vor. Giftwiderstand. Wie macht ihr das am besten? Ich zeige euch das einmal ganz kurz. So als kleines Beispiel. Wirklich für die Leute, die überhaupt keinen Plan haben. Erstens, wir haben hier die externen Komponenten. Die Komponenten haben bestimmte Widerstände. So fangen wir erstmal an. Zum Beispiel hier haben wir Giftwiderstand. Bei denen haben wir Elektro-Widerstand. Bei denen haben wir jetzt gerade gar nichts. Bei denen haben wir gerade auch nichts. Aber sonst haben wir noch Feuer und Eis. Und dementsprechend könnt ihr hier schon mal gegenwirken. Was für ein Anfang schon nicht verkehrt ist. Irgendwann im Hard-Mode, da braucht ihr ab 7000. Ja, hört sich krass an. Die ganzen Dinger hier. Wenn ihr jetzt einen Goldenen habt, zum Beispiel. Ich gucke mal, ob ich einen passenden finde. Mit einem passenden Widerstand für euch. Hier zum Beispiel Kälte-Widerstand. In Lila hätten wir dann 33.090. Hört sich gut an. Wenn wir das in Gold haben, dann natürlich viel, viel mehr. Und da könnt ihr erstmal drauf achten. Ja, und so holt ihr eure Max raus. Wenn ihr irgendwann in den harten Modus reingeht, dann könnt ihr einmal selbstverständlich einmal zu eurem Mods gehen. Und ihr könnt euch gewisse Sachen auch erfahren, was halt die Widerstände angeht. Zum Beispiel hier haben wir Hitzebeständigkeit. Hier haben wir einen Feuerwiderstand. Den habe ich fast komplett hoch. Da habe ich 3842. Beim Elektro-Widerstand, der ist komplett hochgeknallt. 4614. Wenn ihr das jetzt hier einmal eingefügt habt, plus eure Komponente, dann seid ihr weit über 7000. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 8050 oder so oder ein bisschen mehr. Irgendwie so danach. So, das ist Nummer 1. Bereitet euch vor, was die Widerstände angeht. Dann gehen wir jetzt einmal nochmal zu den Kolossen. Zack. Und irgendwann habt ihr auch bestimmte Kolosse, wo irgendwelche Drohnen rumfliegen. Ja, sobald ihr diese Drohnen seht, knallt die erstmal ab. Weil diese Drohnen heilen tatsächlich den Koloss. Ja, ihr habt euch so viel Mühe gegeben, die Lebensanzeige runterzuknallen. Und dann seht ihr, oh, guck mal, die rote Leiste, die geht ja nach oben. Wieso ist das? Das ist wirklich so, wegen den kleinen Drohnen. Klingt alles eigentlich logisch, aber es wissen tatsächlich viele nicht. Wir haben das heute die ganze Zeit im Twitch-Chat diskutiert. Und es waren tatsächlich welche, die jetzt frisch mit dem Spiel angefangen sind und so. Und jetzt den ersten Koloss gelegt haben. Oder dann die nächsten. Und dann irgendwann waren die selbst verzweifelt. Und genau deshalb mache ich auch dieses Video, damit wirklich jeder kapiert, wie die Kolosse ticken. Des Weiteren. Leute, wenn ihr jetzt so einen Koloss habt, ihr habt Schwachstellen. Drückt einfach mal den rechten Stick rein. Ja, wenn ihr mit dem Controller spielt. Damit ihr dann die Gegend scannt. Und durch das Scannen seht ihr die Schwachstellen. Und genau da drauf sollt ihr schießen. Ganz einfach. Auf die Schwachstellen. Schulterpartie immer sehr gut. Und sobald es einmal gelb leuchtet. Zum Beispiel Schulterpartie. Ihr schießt, schießt, schießt. Und dann wird die Schulterpartie auf einmal gelb. Denn dann geht ihr in die Richtung der Schulter. Und versucht mit euren Enterhaken einmal an die Schulter zu kommen. Nur wenn irgendwas gelb ist, könnt ihr versuchen mit euren Enterhaken an die Schulter zu kommen. Und wenn ihr da seid, müsst ihr die ganze Zeit die Schusstaste mehrfach drücken. Tap, 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 tap. Dann versucht nämlich euer Nachfahre die Schulterpartie runterzureißen. Und dann geht der Koloss meistens in die Knie. Zack, ist dann erstmal bewegungsunfähig für eine kürzere Zeit. Und dann wird weitergeknallt. Allgemein von dem ganzen Team. Und wenn das dann alles down ist, dann immer schön Kapelle, immer schön drauf. Worauf ihr aber auch unter anderem achten solltet, ist zum Beispiel die Attributwiderstände des jeweiligen Kolosses. Wir gehen zum Beispiel mal zu der Leichenbraut. Sie ist eine Eis-Lady. Deswegen ist sie unter anderem sehr schwach gegen Feuer. Ihr seht jetzt hier gerade, sehr schwach, normal, stark und sehr stark. Das heißt, gegen Gift, ach die lacht drüber. Bei Blitz kitzelt ein bisschen. Und bei Feuer, da brennen die Hufen, wenn man es so sieht. Wir können dementsprechend auch gegensteuern. Deswegen wieder vorbereiten. Wir gehen einmal ganz kurz in unsere Waffen rein. Zack, so. Und jetzt gehen wir einmal hier hin. Und ich habe jetzt extra eine Sektion für die Boss-Fights. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass ein Koloss schwach gegen Gift ist. Dann mache ich hier natürlich Gift rein. Hier kriegen wir nochmal zusätzlich Gift-Damage. Steht halt da. Fügt Gift-Angriff in Höhe von 22,9% des Schusswaffen-Angriffs hinzu. Und hier unten habe ich persönlich auch schon alles vorbereitet. Klar haben mir da noch ein bisschen Kohle gefehlt oder dies und das. Deswegen ist das noch nicht hochgepimpt. Aber ihr seht selbst, ich bin vorbereitet. Und das war's. Vorbereitung ist das A und O im Kampf der Kolosse. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen da draußen ein klein wenig helfen. Und ich würde mich freuen, wenn du eventuell mit einem Follower auf dem Start bleibst. Und aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du immer eine Benachrichtigung bekommst, wenn ich ein Video hochlade. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. FreikästTV ist raus. Ciao, ciao.